Obwohl der Lehrer jetzt regelmäßig Hühnerfrikassee bekam, sah er von einem Augenblick auf den anderen gar nicht mehr gesund aus. Seine Augen waren größer als sonst und um die Nase herum war er ganz blass. Wahrscheinlich lag es an dem Tiger, der am Ärmel seiner Jacke schnupperte, oder an dem Bär, der vor ihm stand und sich die Lippen leckte. Jedenfalls sah der Lehrer anders aus als sonst. Und dann passierte das Allertollste. Aber erst muss ich erzählen, was davor alles passiert war. In den Ort, in dem wir wohnen, war ein Zirkus gekommen, aber kein normaler Kleiner wie sonst manchmal, sondern ein großer Internationaler, der sein riesiges, buntes Zelt auf dem Sportplatz aufbaute. Da wollten wir natürlich alle hin. »Ich will die Seiltänzerin sehen,« sagte Hanna. »Ich, den Jongleur,« sagte Tina. »Ich, den Hund, der auf den Vorderbeinen läuft,« sagte ich. »Und ich, den Clown,« sagte Timo. »Dann guck doch in den Spiegel,« sagte Hanna. »Ich will die menschliche Kanonenkugel sehen,« sagte der Rambu. »Und ich, meine Mutter,« schniefte Mika. »Meine Mutter kann zaubern,« sagte Pekka. »Wirklich,« staunte ich, »ja, neulich hat sie blitzschnell unseren Spaten hergezaubert, obwohl mein Vater eben noch behauptet hatte, der wäre spurlos verschwunden. Er sollte nämlich den Kompost umgraben.« So hatten wir jeder einen Grund, weshalb wir unbedingt in den Zirkus wollten. Ich selber hatte sogar noch einen Grund mehr, aber den habe ich niemandem verraten. Und dann habe ich, wie ich mich nicht verraten kann.